Künstler können nun ihre Bilder vergiften, um sich gegen KI zu wehren. Das Gift heißt Nightshade und kann enormen Schaden bei KI-Anbietern anrichten. Es ermöglicht Künstlern, subtile für das menschliche Auge unsichtbare Änderungen an ihren Kunstwerken vorzunehmen. Diese Änderungen können dazu führen, dass KI-Modelle, die diese Bilder für das Training verwenden, unvorhersehbare und chaotische Ergebnisse erzeugen. Katzen werden zu Hunden, Autos werden zu Kühen, Handtaschen werden zu Toastern und so weiter. Das Tool ist eine Antwort auf Bedenken von Künstlern, deren Werke ohne Zustimmung für KI-Modelle verwendet werden. Nightshade soll eine Art Abschreckung gegen diese Praxis bieten und das Machtgefüge zugunsten der Künstler verschieben. Es wurde von einem Team unter der Leitung von Ben Zhao von der Universität von Chicago entwickelt und für die Peer-Review-Konferenz Usenix eingerichtet. Zusätzlich zu Nightshade hat das Team auch Glaze entwickelt, ein Werkzeug, das es Künstlern ermöglicht, ihren persönlichen Stil zu maskieren, um ihn vor der Verwendung von KI-Unternehmen zu schützen. Beide Tools sollen integriert werden und Künstler können wählen, ob sie das Datenverfälschungswerkzeug verwenden möchten oder nicht. Das Projekt ist Open Source und kann daher modifiziert und individualisiert werden. Nightshade nutzt im Grunde eine simple Sicherheitslücke in generativen KI-Modellen, indem es subtile Änderungen an den Trainingsdatensätzen vornimmt. Die Wirksamkeit des Angriffs wurde in Modellen wie DALI und Stable Diffusion getestet, wobei vergiftete Bilder zu fehlerhaften Ausgaben führten. Während die Technologie innovative Möglichkeiten für Künstler aufzeigt, gibt es aber auch Bedenken hinsichtlich möglichen Missbrauchs. Wenn Sao räumt ein, dass Angreifer tausende von vergifteten Proben benötigen würden, um ernsthaften Schaden anzurichten, aber auf der anderen Seite könnte ein Angreifer auch absichtlich ein ganzes Datenset vergiften, um damit zum Beispiel einem Konkurrenten zu schaden. Insgesamt könnte Nightshade einen Einfluss auf das Verhalten von KI-Unternehmen gegenüber Künstlern haben, indem es möglicherweise zu einer größeren Achtung der Urheberechte und zu einer verstärkten Bereitschaft führt, Lizenzgebühren zu zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017